Prof. Dr. Maurice Bedenjana, Sie sind Professor und Studienleiter vom MIS Bankmanagement. Wir haben es gehört, letzte Woche am Freitag, Paukenschlag in der Schweizer Bankenlandschaft. Drei Wiese kauft aus der Wegelein heraus die neu benennte Notenstein Privatbank AG. Wie ist das einzuschätzen? Aus meiner Sicht ist das aus strategischer Perspektive der Reifwiesegruppe ein ganz cleverer Schachzug. Jetzt hat sie die Mehrheit über eine Privatbank, die viel Potenzial hat und hat eine ganz andere Stellung, als sie als Minderheitsaktionär in der Bank von Tobel. Was passiert mit dem Brand Wegelein? Die Wegelein hat in erster Linie das ganze Geschäft mit den nicht US-amerikanischen Kunden in die anderen Privatbanken gelegt. Und in diesem Sinne kann man sagen, dass das, was die Reifwiese übernommen hat, ist eine gute Bank. Und das, was als Restanz in der Wegelein bleibt, das ist eine bad Bank. Das ist eine schlechte Bank. Das ist eine Bank, die prozessrechtlich vor riesigen Herausforderungen steht. Und man kann sagen, im Grunde genommen ist das Lebenswerk, das aufgebaut worden ist, von den Leuten rund um Konrad Hummler und Otto Bruderer, jetzt vor dem Niedergang, das Lebenswerk ist zugrunde geritten worden. Eine Bank, die seit 1741 den Sitz in St. Gallen hat und die bis jetzt nie aus der Schweiz aus expandiert hat, ist gerade in diesem strategischen Schritt Expansion auf nicht-schweizerische Kundschaft zu Grund geritten worden. Das ist ein strategischer Fehlentscheid, der erst vor kurzer Zeit gefehlt worden ist. Das muss ein Ergebnis gewesen sein von zu viel Optimismus, von zu viel eigenem Vertrauen in die eigene Stärke, in die eigene Einschätzung, wie das Rechtssystem läuft. Und das kann man nicht anders erklären, als dass der Erfolg diesen Teilhabern, diesen persönlich haftenden Teilhabern in den Kopf gestiegen ist und dass sie die Situation vor zwei, drei Jahren vollkommen falsch eingeschätzt haben. Die Konsolidierungsphase im Private Banking ist voll im Gang, hat man jetzt auch wieder gesehen. Was bedeutet die Transaktion für die Konkurrenz? Es ist sicher so, dass die Bank Wegelin einen Einterteil, der US-amerikanische Teil, praktisch verlieren wird. Die Bank, die jetzt die Reifis übernommen hat, wird sicher nicht alle Kunden bei sich behalten. Es sind zahlreiche Leute von den Grossbanken, insbesondere zur Bank Wegelin, zu einer überblickbaren Bank gegangen, die von guten Leuten während vielen Jahren gut geführt worden ist. Und da dürfte es bis zu einem Drittel oder einem Viertel von allen Geldern, die jetzt dort platziert sind, dazu führen, dass es zu einer Abwanderung kommen wird. Ich bin davon überzeugt, dass es da ganz konkret Gewinner wird geben. Es wird der Bank Sarrazin, Julius Baer oder Big Day ganz sicher zu den Gewinnern gehören. Die haben ähnlich wie die Bank Wegelin in den letzten Jahren ihr Netzwerk in der Schweiz ziemlich dichter gemacht. Sie sind näher zu den Kunden hergegangen. Mehr Kundennähe haben sie gezeigt in ihrer Bearbeitung von den Beziehungen. Sie haben überzeugende Leistungen, wo sie sicher nicht 100%ig davon ausgehen können, dass jetzt alle Leute bei einer Tochtergesellschaft von Reifis in der Schweiz bleiben wollen, sondern wo sie jetzt wieder ein Potenzial haben zum Wachsen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017